Kapitel 14 und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Yakuza Zero Session mit mir im Pirus. West Park Kamurocho 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 Äh? Äh Genau Det Ich auch nicht, dass ich rinnen nicht überrasse niente was und damit. Denk ich direkt auf die Seite hinunter,gegen Sie mich. Ich werde das für Sie. Gute sein, woher Sie ist? Einsen anjeuern zu sein. Welche Größe? Was ist es? Ich dachte, in den Hörneros! Ich dachte, dass er auch nicht mehr Patrol ist. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel zu tun. Aber wenn ich mich nicht mehr so viel zu tun, dann kann ich mich auch mit dem Auslanden gehen. Ich bin der Tauzima-Gemieter. Ich bin nicht nur ich, sondern ich bin der Frau. Ich bin der Tauzima-Gemieter. Ich bin der Tauzima-Gemieter. Ich bin der Tauzima-Gemieter. Ich bin der Tauzima-Gemieter. Warum? Ich bin der Tauzima-Gemieter. 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 Es klappt auch nie. Und darum erst mal herzlich willkommen zurück hier zu Jakuta Zero. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich glaube, am Ende des Kapitel sind wir wieder hier und dann prügeln wir uns hier durch. Wetten. Das klappt doch nicht. Ich meine, ich würde... Das ist doch wieder. Das ist doch wieder. Das ist doch wieder. Das kann doch nicht so funktionieren. Das geht doch nicht. Ich glaube es. Ich weiß es nicht. aber... Nur mal abwarten. Achso... wir haben die pool oder dort gespielt oder haben wir das schon mal gemacht wenn da tatsächlich lang oder dort kennt man einfach mal pool oder billiard response ist ja ich bin kein dart-fan obwohl er kommen müssen hier machen wir alles aber ich will euch ja was kostet ja jemals geld standard ich werde ich werde das geld verzocken genau experte ich möchte ich kann okay Ja. Okay, good. Ja, okay. Okay, dampf. Ja. Oh, kann ich anfangen? Ja, werde ich schon rausfinden. Oh, ja, ist doch gut, ich wollte spielen, Alter, nicht drei Jahre lesen. Oh, Alter, ja, ich bin jetzt weg, ist mir egal, ja, ist gut, ist doch gut, hallo, ja, toll. Kann ich mal anfangen, hallo, kann ich mal anfangen? Ey, du willst mich jetzt verarschen, oder? Danke. Nach 100 Jahren. Ja. Geht doch auch so. Ich will es ja auch nur ein bisschen spielen, ne? Ich will jetzt hier nicht, will ich bis... Ja. Ich will jetzt hier auch noch ein bisschen, bisschen mit euch spielen, ohne jetzt, ne? Oh, es war aber gut, es war gar nicht nur doof, aber dann kann ich ihn da vorne reinballern. Okay, es war... Es war ein Fehler, aber... Cool, ja, ja. Hä? Ich bin nicht alleine. Also. Okay, ich bin nicht alleine. Okay, ich bin nicht alleine. Wie ist das? Genau. Und geht da rein. Nein. Okay, ich habe irgendwie auch gedacht, es ist ein bisschen, äh, wie bei Zander ist, gemacht da gibt es ja auch bilder oder der reihe ist ja brauchst kein dreijähriges tutorial wie das alles geht ich wollte eigentlich die drei das das ohne a don my don my a a doした Untertitelung des ZDF, 2020 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 sie sind ernst oder so frustrierte spiel es frustrieren ja jetzt mache ich alle rein hätte ich hätte du bist du ich wollte ich wollte ganz vorsichtig das ist ja es ist ja so ja es ist nicht so ja 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 was das ist ja ist billiard machen ich habe jetzt baus ist vielleicht bisschen geiler weil das halt ich mit kontrolle nicht ganz so geil ist da ich jetzt so dass das wieder irgendwie so ein gefühl für den ball fehlt also da fand ich das was an andreas geiler jetzt habe ich das billiard nur jetzt vom billiard her so ich weiß nicht ob das jetzt realistisch ist oder so die bergung ob das realistisch war aber das weiß ich so mein billiard aber okay einfach einmal gemacht Das war's. Wenn ich hier bin, dann weiß ich es. Oh nein. Wie ist das? Oh nein. Tachibana. 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 Maki村誠は 神室町に来てる. 西高円のホームレスに 囲まってもらってんだ. 彼女は… 兄貴が 迎えに来るのを待っている. 織田さんから 聞いたんですね. 彼女が 私の妹だと… お詫びします。 あなたには 全て片付いてから 打ち明けるつもりでした。 織田さんにも そう 言っといたんですが… タチバナ。 はい? 織田は… 誠を殺そうとした。 どういう… ことですか? 何か? それで 大阪を出たきり 織田とは 連絡が取れていない。 おそらく… 織田さんは… もう 生きてはいないでしょう。 カムダ。 全ては… 私のせいです。 10年前… 私は 己の運命と戦わず… ただ… 逃げました。 そのせいで 母と妹は… 人生を狂わされたんです。 今… 織田さんを もう 巻き込んで… タチバナ。 日本人の血を引く 私は… 中国で… リーヴェンクイツと 呼ばれていました。 その表現は… 日本人への憎しみが 込められたものです。 私は… 周囲の人々に 常に怯え… やがて… 中国から 逃げ出したんです。 母と妹を見捨てて… その後… 中国で 日本人と 詐欺詰まれた私は… 今度は 日本で 中国人と 呼ばれました。 総天堀に来てからは… 生きること… そして… 自分の身を 守ることに 必死でした。 一度… 黒の世界に 足を踏み入れたものは… 周りを喰らい… のし上がり続けることでしか… 生き残れません。 少しでも 弱みを見せれば… 周りに 食われることになります。 そして… 日々の善悪を 振り返る気も失せた… そんな頃でした。 母と妹が 日本… この神室町に いると知ったのは… 私は 彼女たちを 探すため… 総天堀を出ると… 持てる力を使って 神室町に 情報の根を貼りました。 探して どうするつもりかは 決めていませんでした。 ただ… 私が 中国を去った後… そのせいで 彼女たちが… どんな面にあったか… 知らずにはいられなかったんです。 でも 分かったのは… 一足違いで 妹が… 神室町から姿を消していたことを… 母も祖父も… すでに 亡くなっていたという 事実でした。 それと もう一つ… 妹に… 相続権のある たった一坪の土地が… やがて… 神室町再開発計画にとって… 致命的な生涯になり得るという事です。 それが… からの一坪? ええ。 道島組は… 再開発計画をめぐって… 莫大な金を 仕上げに 継ぎ込んでいました。 彼らの計画通り 全てがうまくいけば… その金は… 何倍にもなって 東島組に戻ってくる。 しかし… からの一坪が原因となり… 彼らの計画が 行き詰まることが分かれば… 妹は… ヤクザたちの争奪戦に 巻き込まれる。 ああ… 今その通りの事が起きている。 だから私は… その事に気付いた時点で… 道島組の若頭だった 風間さんに交渉を申し入れたんです。 妹… 守るために… おやつさんを交渉相手に 選んだのは… 何でだ? 風間さんが… 東島組兵に… 今以上の力を 持たれることを恐れていたからです。 何? 東島組兵の力は… すでに自分の器の 許容範囲を 大きく超えていました。 小物が大きすぎる力を 持った時の暴走を… 風間さんは… 恐れました。 東島組兵が… 空の一坪を手にすれば… それを手土産に… 東城会本家若頭を 座につくでしょう。 そしてゆくゆくは… 東城会の三代目です。 そうなれば… もはや風間さんの手に 追えなくなる。 風間さんは私の持つ 神室町の情報網をもとに… 不動産会社を 作るよう言いました。 東島組兵よりも早く… 空の一坪を手にして… 妹を守れるように。 そして… それをできるだけの力を… 手にするようにと。 それじゃ、立場の不動産は… おやつさんの指示で作ったのか? 立場の不動産の誕生… そして… 空の一坪にまつわる… これまでの出来事はすべて… 風間慎太郎という… 天才が描いたシナリオの上で 起こったものだということです。 私は妹に会うため… 風間さんは… 裏から東上界という組織を コントロールするため… 互いに手を取り合ったというのが… あなたと私が今… ここにいる理由です。 ここにいる理由です。 ただ… 妹は… 家族を捨てた私を… 恨んでいるかもしれません。 数日前… セラさんから妹は… 目が見えないと知らされた時… 私は… 兄と名乗らない方がいいと思いました。 今は… そう思っていないってことか? えぇ… あなたが私に聞かせてくれた… 牧村誠という女性は… やはり… 私が… 記憶する… 妹でした。 彼女が… 争天堀にいた理由も… 私を… 探すためだった… ずっと… こんな私を… 探してくれていたんです… 橘… 綺麗さん… 私は… 妹に… 社長に… 会いたいです。 今の私は… そのためだけに… 生きながらえています。 もう…二度と… 逃げたくはありません。 モースが会える。 彼女はあんたを恨んでなんかいね。 だが… 今もあんたの助けが必要だ。 お… どうしまくみだ? 彼女は、立花さんを出せと言ってる。 ここにいるのがバレたんだ。 なんだと? なんで…こんな時に… 立てるか、立花? はい。 ああああああああ… いたぞ、立花だ。 散布だ… 誰も… せずに… 立花だ。 もちろん。 それも… それは… 諦めのレモグを… immer gleich ich spiel mit euch oh du kämpfst mit wie die greifen der ganz links das geht auch mal auf die Schnauze das ist so ein blödes so ein blödes anklatschen das ist eine Schnauze dann muss ich auch beschützen ne hoffentlich nicht nein hier fang daneben und der trifft aber oh 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 ah du hast viel Energie was denn nicht oh 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 Ja, ja, komm herr! Ja, ja, komm herr! Oh Just Oh und boah, keine Aken. Ich mach das schon, ich mach das schon Boss. Und schlaf gut. Oh ja. Warum bezweifle ich, dass es jetzt so einfach wird? Oh ja. Was? 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 Ich habe gesehen, dass ich das in der Maafia in der Welt gesehen habe. Ich bin der größte Körner. Mein Name ist... Rao Kui. Rao Kui. Ein Körner der Körner ist ein Körner, Ich bin es auf die Arbeit, aber ich habe kein Geld, aber ich habe mich zu verletzten, dass ich mich nicht verletzten. Ich habe das mit Raogui, dann kann ich das. Was ist das? Wenn ich die Körsiung zu tun, dass ich mit dem Körsiung zusammengehe, dann werde ich das mit Dich, was man Eich zu tun. Was ist das? Ich habe mich als Körsiung zu tun, dass ich mit der Körsiung auf dem Körsiung auf die Körsiung. Ich habe keine Analyse gebeten, aber ich habe keine Analyse gebeten. Was ich? Ich habe meine Analyse gebeten, dass ich mich nicht verletzen kann. Kier, ich habe nicht versucht, dass wir uns gegen die Raogwe zu retten. Aber... Wenn du nur einst, dann kannst du wegschrauben. Ich werde dir meine Freundin verabschieden. Das ist ein Mann. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung. Das war's für heute.